Es gibt auch mehr Kontrolle, du hast ja bei ganz vielen Branchen auch sehr, sehr saisonal geprägt, also klassisch Bauelemente, da ist ja der Winter weniger als im Sommer und du hast ja im Winter trotzdem die gleichen Angestellten wie jetzt im Sommer und wenn du dann halt mit Werbung ein bisschen nachschieben kannst, sag ich, was mehr Aufträge auch kommen, das ist auch viel planbarer und dazu, wenn du ein neues Produkt zum Beispiel hast, kannst du natürlich warten, bis das Produkt irgendwann mal bekannt wird und Leute so auf dich zukommen, du kannst aber auch Werbung aktiv dafür machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fachfirmen-Podcast, mein Name ist Marvin und in dieser Folge geht es um das Thema, lohnt sich Werbung als Handwerksbetrieb und neben mir sitzt wieder der gute Alexander Thieme mit am Tisch und ja, wir wollen heute mal der Frage auf den Grund gehen, ob sich Werbung überhaupt lohnt als Handwerker und ja, wir können ja mal einsteigen, was kommt dir dazu für Gedanken dazu? Also die meisten Handwerker machen ja gar keine Werbung mehr groß, weil die ja eh ausgelastet sind komplett, ich finde aber es ein bisschen einfacher mal betrachtet, also Auslastung ist ja nicht gleich Profit, ist ja auch klar, es gibt ja gute und weniger gute Aufträge und die Frage ist immer, was für Werbung macht man, wir können das ja mal so langsam, die Schichten der Zwiebel so langsam mal entfernen, also erste Frage ist natürlich, lohnt es sich überhaupt in irgendeiner Form sichtbar zu sein, hat man irgendeinen Vorteil als ausgelasteter Handwerker? Ich würde sagen, ja klar hat man den, aus zwei Aspekten mal, Faktor 1, klar, es gibt doch andere Zeiten, aus drei Aspekten sogar, es gibt andere Zeiten auch mal in Zukunft und wenn man dann natürlich erst anfängt mit Werbung, ist man nicht wirklich bekannt und die, die an der Zeit durchgeworben haben, vielleicht ein paar 10.000 Euro mehr ausgegeben haben, haben dann aber einfach einen Vorsprung, so wenn solche Zeiten kommen, kleines Backup, also kleine Versicherung könnte man sagen. Thema 2 natürlich, als Handwerker brauchen wir Mitarbeiter, spätestens dafür lohnt es sich schon Werbung zu schalten, sichtbar zu sein und Thema 3, wie gesagt, also Auslastung heißt ja nicht gleich besonders viel Profit, jetzt sagen natürlich alle, ja, aber ich bin ja auch Profitabler und so, ja, aber es gibt doch bei dir Aufträge, die sind Profitabler, welche sind nicht so profitabel und wenn du noch mehr von den Profitablern machen würdest, dann hättest du einfach auch mehr Geld über, dann hätten deine Leute, könntest du mehr Gehalt bezahlen, da hast du halt viele Vorteile plötzlich. Du findest vielleicht sogar noch mehr bessere Leute, die du mehr zahlen kannst. Ja, genau, genau und das ist ja auch noch so ein Thema, wenn du dauerhaft halt auch Werbung machst, sichtbar bist, die Leute, die ja bei dir sind, die sehen ja auch, es geht voran, die wollen weitermachen, die wollen jetzt nicht auf den Erfolg ausruhen, sondern die wollen ja auch weitermachen und das ist auch eine Motivation für viele Mitarbeiter. Also man sollte das Thema nicht unterschätzen und einfach nur sagen, ja, wenn ich ausgelassen bin, brauche ich keine Werbung, weil so einfach ist es dann doch nicht. Ja, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter das halt auch cool finden, wenn ihre eigene Firma in Erwerbung ist, sei es jetzt digital oder irgendwo Print, man muss gleich natürlich noch unterscheiden, welche Art von Werbung ist eigentlich gemeint oder welche Art von Werbung lohnt sich, wenn man das Ganze fragt, da ist natürlich auch die Frage immer das Ziel, also des Ziels, welches Ziel hat man, aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen mit den Mitarbeitern, also das ist auf jeden Fall so, dass auch das Image, auch das eigene Image sozusagen der Mitarbeiter, die sind dann stolz auf das Unternehmen, weil die schalten ja auch Werbung und so weiter. Aber was muss man andersrum überlegen, was wäre denn, ich sage jetzt, ja, ich arbeite da und da, ja, kenne ich gar nicht den Laden. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Oder was denkt sich der Mitarbeiter dann, ja, hm, das ist halt ein kleiner Betrieb, ne. Dann sagen die, ja, stimmt, da sehe ich auch mal hier die Werbung, ja, genau, das sind wir. Das ist eine ganz andere Verbindung. Ja. Ja, anderes Level auch nochmal, wenn sogar die Mitarbeiter in der eigenen Werbung noch abgebildet sind. Ja, das ist bei uns extrem, weil die Leute sind halt in der Stadt mittlerweile in Hannover schon so regional Berühmtheiten, lokal Berühmtheiten würde man, glaube ich, sagen, weil wir Mitarbeiter suchen natürlich in Hannover auch für uns selber machen mit Bildern von unseren Mitarbeitern. Ja. Die sind da halt sichtbar einfach und das ist halt auch so ein Punkt, der cool ist. Wenn man da einmal angesprochen wird auf der Straße, dann denkt man sich schon, geil, hat es sich gelohnt, bei uns zu arbeiten. Ja, ja, die Erfahrung, die haben wir halt auch bei anderen Unternehmen gemacht, dass, wenn man dann lokal mit den Mitarbeitern auch wirbt, dass das einen coolen Effekt auch hat, ne, so, dass man dann auch wiedererkannt wird, darum geht es natürlich nicht im Endeffekt, aber ist halt für die Mitarbeiter ganz cool und das ist halt für den Betrieb auch immer hilfreich, wenn gut über deine Firma gesprochen wird, ne, weil deine Mitarbeiter sind letztendlich auch, ja, kann man schon so sagen, fast so Multiplikatoren quasi, ne. Wenn die gut reden über dein Unternehmen, dann ist das immer hilfreich, weil dann auch andere auf uns zukommen, ne. Wir haben auch sehr häufig Bewerbungsgespräche, wo dann Bewerber sagen, ja, ich habe auch hier einen Kumpel oder jemanden befreundet bei euch in der Firma, der redet immer sehr, sehr gut über euch und deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, zu euch zu kommen, ne. Und genau diesen Effekt willst du halt auch haben und das geht halt auch, wenn du halt sehr, sehr, ja, oder nicht nur sehr, sondern wenn du halt einfach bekannt bist in der Region, ne. Also Werbung, um das nochmal zu differenzieren, Werbung kann man natürlich machen, um Kunden zu gewinnen, ne, und Werbung kann man auch machen, um Mitarbeiter zu gewinnen. Und was auch eben interessant ist, wenn man Werbung macht für, um Kunden zu gewinnen, macht man gleichzeitig aber auch, ne, in die andere Richtung auch macht man Werbung mit, indem man halt einfach sichtbar in der Region ist, ne. Also diese Werbung, die hat beide Aspekte eigentlich immer und auch andersrum, wenn du Mitarbeiter suchst, machst du auch gleichzeitig Werbung dafür, für deine Produkte, ne, weil die Leute sehen ja auch, dass du quasi, dass du wächst, ne, dass es deinem Unternehmen gut geht und so weiter. Also in beide Richtungen kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man Werbung macht, weil das kommt deinem Unternehmen immer zugute. Es gibt auch mehr Kontrolle, ne, du hast ja in ganz vielen Branchen auch sehr, sehr regional geprägt, also klassisch Bauelemente, da ist ja der Winter weniger als im Sommer und du hast ja im Winter trotzdem die gleichen Angestellten wie jetzt im Sommer. Und wenn du dann halt mit Werbung ein bisschen nachschieben kannst, sag ich mal, dass mehr Aufträge auch kommen, das ist auch viel planbarer und dazu halt, wenn du ein neues Produkt zum Beispiel hast, kannst du natürlich warten, bis das Produkt irgendwann mal bekannt wird und Leute so auf dich zukommen. Du kannst aber auch Werbung aktiv dafür machen und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wie macht man sowas natürlich ideal, gut. Wir als Online-Agentur, sag ich mal, sind natürlich da Fan von Online-Werbung, das ist klar, aber hat ja auch Gründe. Also es ist einfach so, wenn ich eine klassische Zeitungswerbung habe, da weiß ich halt auch 95 Prozent, das Geld, das was ich bezahle, geht auf Leute, die eh nicht bei mir Kunde werden oder Mitarbeiter werden, je nachdem, was ich mache. Ja, häufig hört man ja immer so diese Aussagen, habe ich schon zigfach gehört, ja, wir haben eine ganze Seite gebucht und es ist nichts bei rumgekommen, nichts passiert, hat sich kein einziger gemeldet. Und diesen Effekt, wenn man jetzt sich die Frage stellt, lohnt sich Werbung, wenn man natürlich diese Storys immer hört, auch von befreundeten Unternehmern, die dann ganze Seiten gebucht haben, auch da auch ordentlich Geld reingesteckt haben, dann fragt man sich natürlich schon, lohnt sich Werbung überhaupt? Und da muss man dann differenzieren, ja, welche Werbung lohnt sich denn? Und das hat Alex jetzt eben schon angeschnitten, also klar, über Print, Print hat definitiv auch hin und wieder seine Daseinsberechtigung, allerdings halten wir halt einfach digitale Werbung für viel effizienter, viel effektiver. Auch als Handwerksbetrieb, weil du kannst halt einfach viel genauer steuern, wer deine Werbung sehen soll, ja, du kannst das Budget auch, du kannst im Vorfeld auch, ja, genau dir ausstecken, in welchem Umkreis möchte ich das Ganze verteilen? Also streuen, digital streuen, in welchen Altersgruppen und so weiter möchte ich da werben, was ist so meine Zielgruppe, ne? Und dementsprechend kann man da eben viel, viel besser aussteuern und dann lohnt sich eben Werbung auch, ne? Ja, genau so ist es. Also es ist halt erstmal die Frage, wofür mache ich es? Und da gibt es eigentlich immer gute Gründe, Werbung zu schalten, egal wie ausgelastet man ist oder halt auch, wie sehr man Mitarbeiter was anderes braucht. Und dann halt die Frage, wie konkret mache ich es halt? Wie mache ich den Aufbau? Welche Leute erreiche ich? Wo erreiche ich die? Wie erreiche ich die? Was sehen die? Wie melden die sich bei mir? Und wenn ich mir über diese ganzen Gedanken mache, dann kann ich halt ein hocheffektives, hocheffektiven Prozesse aufbauen, ne? Das ist, ähm, dann macht auch Werbung auf jeden Fall Sinn, dann wüsste ich jetzt keinen einzigen Fall von irgendeinem Unternehmen da draußen, was gerade nicht von Werbung profitieren würde, ne? Ja. Ich denke, da waren ein paar Inspirationen dabei, ne? Ja. Ähm, wenn dir das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen und ansonsten einfach wünschen wir dir eine gute Zeit. Und dass du hoffentlich ein paar Erkenntnisse mitnehmen konntest. Und wenn du Fragen hast und sagst, hey, ich sehe bei mir gerade überhaupt keinen Sinn in Werbung, schreib uns gerne in die Kommentare, warum nicht. Dann kann man da vielleicht in einem der zukünftigen Videos mal drauf eingehen, wo wir vielleicht doch da einen Sinn drin sehen würden, ne? Also, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.